Was ich nicht gerne mache, sind die inszenierten Bilder von Macht und Glorismus. Ich möchte gerne Promis auf dem Bürgersteig essen und wenn ich dabei fotografiert werde, dann ist das halt so. Wenn Sie das Inszenierung nennen, dann ist das so. Ich bin halt so. Nehmen Sie Ihr beschissenes Handy und machen Sie Fotos und vor allem machen Sie echte Bilder und keine inszenierten. Wenn Sie das nötig haben, ist das schon traurig genug.